Links? Meinst du jetzt im Observatorium? Im Arbeitszimmer? Im Labor? Achso, so meinst du hier dann. Ah ja. Ich hatte gerade gar nicht gedacht, dass das ein Teil vom Dreizeck ist. Ich dachte, das wäre ein Tentakel-Arm oder sowas. Und ich habe die halbe Tür gefunden. Hier ist ein Stein. Und das sieht wie ein antiker Blitz aus. Das? Achso. Ja, okay. Verstehe. Mhm. Dämon-Figur. Die Aufzeichnungen aus Schacht 3 besagen, dass die Figur aus dem Schacht eine Art aufholter Behälter ist. Er hoffen, meinen Dämon darin einzusperren. Der Behälter hat acht Schlaggeschlösser, die den Dämon einsperren. Ein Schloss scheint zerbrochen zu sein, sodass der Dämon entweichen und Besitz von den Menschen ergreifen konnte. So war es am Automaten. So hat es angefangen. Okay. Der Auserwählte wird der Wirt des Dämon. Okay. Der Dämon braucht menschliche Wirte, wenn er in seinem Gefängnis hin kommen will und nicht irgendwelche Wirte. Er wählt die, die seinen Zwecken am besten dienen. Die Aufzeichnungen aus dem Sackfakt besagen, dass man die Transformation stoppen kann. Die Zweirauchzutaten. Ähm. Was hat hier? Warte mal, was das ist. Ah, ein Dia. Okay. Ja, okay. Fast. Irgendwie. Irgendwie. Hier ist mein Mensch. Na gut. Ich brauche eben nur die Zutaten. Harz, Rinde und andere Zutaten. blumen namens ich darf man das stimmt aber jetzt weiß ich wenigstens mit der gartenschere genau da immer ein gewächshaus der zeug dahin achso ich muss das zurückfluss so das nächste bescheuerte puzzle vertausche die fliesen so dass jeder mädchenkopf seinen passenden körper findet das jetzt hier body shaming oder was Oh mein Gott, mach mal was! Mach! ja die mit dem stock, die muss da oben nee, die daneben war ja die mit dem horn, genau, und die kommt da oben nee, da runter die kommt da hin das darf ich weitermachen ich weiß nicht ob ich es gut hinbekomme, aber nee, die war richtig das ist falsch das ist richtig das ist richtig? nee, der hat wohl lieder links und rechts so, nee, das ist auch falsch aber so, das kann ich hier hinkommen, oder? nee nee, warte jetzt war's ja mhm und die kommt da oben ok, genau tauschen die ist doch falsch, ja die kommt da oben hin ich glaube, die kommt da oben hin ja ja ich glaube, da oben hin ich glaube, das ist das das ist das oder wie das ist ja Das war eine schwere Geburt, zur Orangerie. Das ist historisch oder sogar prähistorisch. Dann gibt mir doch hier den Imbus. Achso, es ist auf dem Boden festgelegt. Natürlich, der Wasserfilter fehlt. Kühlschrank, Kühlschranklappen. Sorry, ich habe das halt gut getrennt. Ja, aber wenn er zu so einem Labyrinth ist, dann ist das egal. Genau, Lösemittel. Ich brauche die Lux Fidei so schnell wie möglich. Bitte züchter eine für mich. Pass auf, die Legaten auf. Sie haben Verlust geschöpft. Nussschalen. Aha, du bist ein Frettchen, ne? Ja, da ist das. Ich muss halt ein Eichwändchen anlocken. Auch ohne Autorisierung wird sich das nicht erfüllen. Kontrollknopf fehlt. Ein Problem mit dem Wassertank zu geben. Ja. Wir müssen also noch diverse Knöpfe finden. Lösungen. Lappen. Achtkant schließen. So, jetzt haben wir so einen Film. Ja. Günstlicher Regen. Und jetzt können wir das eigentlich auch nicht mehr trinken. Ja. Wow. Hier fehlt der Bohrer. Eine Sackgasse. Hier brauchen wir den Bohrer dann, um Marz irgendwie zu schöpfen. Aber mehr können wir jetzt hier nicht machen. Ah ja, neues Wimmelbild. Mitterling. Eierschale. 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 Geh weg. Versperst mir die Sicht hier. Komm weg. Liebe. Sie schon. Witzel. Selber. Lieder. Wasserlilie. Okay. ja jetzt der kräfer sein wird ne, dann Fisch Danke, danke Willst du direkt über die Kiste? Ah ja, ok Ist das hier ein Käfer? Ja Jetzt haben wir noch ein Herz Und einen einzelnen Fisch Fisch Herz Ah ja Jo, danke Wollen wir mal Rinde Nehmen wir mal hier wieder runter Und Hier kommen wir leider nicht Wibbelbildspiele spielen Hm? 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 Tja, wenn ich jetzt mal wüsste ne Also, wo wir überall Wibbelbild noch Sachen gemacht haben Hm? 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 Ja Ähm Untersetzer Heißzange Den Wald vor lauter Bäumen Hier ist Internet Hm? Da braucht man noch Taschenöffner Papier Becher Ahorn, Sirup, Eisbückel Schnüre, Zigar, Radio, Menü Das hier ist unser Menü, oder? Ne, eine Minecraft Fahrrad 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 Menü Hm? Ja, dann könnt ihr es sagen Unser Eisbückel Faschenöffner Ding, ja Schnüre sind gerade hier Fahrrad Fahrrad Auch ein Verboten Wollen wir einen Papierbecher Also der hier ist es nicht Das ist eine Tasse Das ist eine Tasse Unten Unten Wie weit unten denn? Bierbohnen Äh, hier möchte ich den Boden neben Theke Ah ja Dankeschön Jetzt haben wir einen Eisbückel Damit kommen wir den Knopf Fragezeichen Irgendwie Was war das hier? Ja Dann ja, aber ich muss noch irgendwas hacken Äh, oder was wir hacken haben Versteckt den Stein Die Legaten suchen ihn Ich hole ihn sobald es sicher ist Ohra Sindknochen Okay So Dann kann man den Windknopf hier schon mal ansetzen Dann setzen wir den Bohrer hier ein Mh Mh Bohren das Ding an Mh 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 Die Ihre Twin Cousins? Ihre Zwillingscousinen? Oder Cousinen-Zwillinge? Nun, wie dem auch sei. Ja, hier ist der Junge. Komm ran. Guten Appetit. Jetzt haben wir hier noch einen Knopf. Der Tag-Nacht-Knopf. Und jetzt wächst hier wie durch Wunder irgendwas. Oder so. Fragezeichen? Egal. Oder? Ah, rechts, Dilla. Warte. Oh. Oh. Jo. Dann gehen wir jetzt ins Mutterboa und freuen uns auf das Puzzle, was wir da haben. Wird super. Wird super. Sulu. Ja, richtig. Das ist mir aufgefallen, dass das Eichhörnchen halt immer noch die gleiche Grafik hatte. Arbeit, Timo. So. Zuerst raspeln wir das Gedöns. Ich sollte was anderes versuchen wie jetzt. Du musst hier das Ding darüber bauen. Ah. Geh. Ich bereite den Weihrauchmacher Zipfer. Benutze die drei nötigen Zutaten und die Geräte auf dem Tisch dafür. Na ja. So. Und danach. Ähm. Nutzen wir. Drei Schölzer. Ich brauche was zum Zertrümmern. Okay. Top. Es ist perfekt zerkrümelt. Es ist perfekt zerrieben. Ja, aber du musst halt doch zupfen. Na egal. So. Zuerst machen wir dreimal davon in die Schlüssel. Eins. Drei. Drei. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Das wird rührend. Das war falsch. Oder? Ne. Was ist dein Spiel? So, dann gehen wir zu unserem Kollegen und geben dem Antibiotikum. Oh nein, wir zünden ihn an, ihn und seine ganze Sippe. Feierzeug, Benzin, Banatier, irgendwo, ja. Blitzpulverbestandteil. Hier kann man noch nichts tun, glaube ich. Neues Bimmelbild, ich werde ein Fisch, jetzt ist es nicht zerbrechen, na, zerbrechen. Seh, Lange, Schwimmer, wo ist denn der, egal. Fliegefisch, äh, Pufferfisch, hier ist der Fliegefisch. Äh, Bernstein ist wahrscheinlich das hier, eine Seegurke. Hier ist Kuh. Ist keine Kohalle. Hier ist ein Fossil, aber es ist gekocht. Ähm, naja, okay. Ein Fossil, ein Blauer. Roma, wir sehen Korallen aus. Man braucht einen Schlüssel. Da ist auch hier dieses Ding, was bei der Angel dann einfach oben schwimmt, ne. Das Ding hier wahrscheinlich, ja. Jetzt eine Koralle. Ja. Das ist eigentlich keine Koralle, ne. Das ist so ein... Mompetstein. Senkrecht drüber. Hintergrund. Ah, danke. So, jetzt haben wir Blitzpulverzeug. Wo ist denn der Blitz nochmal gewesen? Wie hier. Ein Alkofenbuch, ein Ball. Ein Alkofenbuch, ein Alkofenbuch rein. Ach, da. Der Typ ist nicht. Ja, nimm mit. Runter. Oh, der ist geflasht. Verschrecke das Biest aus dem Weg blockieren. So, jetzt gehen wir zu unseren. So, ähm. Fenster kann man anschauen. Ja, ähm. Versuche ich im Mittagauf zu behalten. Heilmittel? Du hast nicht? Du bist jetzt Robert. Du hast die Insekten gebracht? Du bist jetzt so nah dran draus. Er hätte bestimmt noch eh geschnappt oder so. Er sollte okay sein. Aber er muss ruhig sein. Geh find meinen Vater, und ich schaue über Robert. Ja. 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 Geh, geh und freie die Soldaten. Du, geh und preparen das Boot. Ich habe eine Schlüssel in die Alpians Marina in die Wartel. Geh es. Wir treffen uns im Hotel. Ich kann leider nicht abstechen, weil jedes Item kann nur einmal verwendet werden. So. Ähm. Dies, dies, dies. dann verließen sie. L, A, Waffel, Wesen, so ähnlich. Rezept. Schloss und eine Batterie. Batterie ist hier. Schloss. Gewürzfisch. Nicht jetzt. Alter, der Gewürzfisch, ne? Äh. Der Weg ist blockiert. Spreng sie. Ich kann es nicht glauben. Wir waren so nah. Spreng sie. Ich denke, das bleibt uns nur eine Option. Schaft 3? Der Wartel? Sie wollen den Demen raus? Sie sind verrückt. Das ist verrückt. Aber es könnte einfach funktionieren. Ich gehe raus und... Nein. Du musst mit Robert bleiben. Du kennst ihn jetzt. Ich gehe. Ich gehe raus. 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 Wir haben ihn verliebt, weil der Schraub. Aber ich habe mich daran erinnern, dass ein Luftflug da ist. Ich kann nicht sagen, dass es funktioniert. Gut. Und beinahe. Ich werde. Ja. Boah. Das war ganz schlimm. Aber er steuert teilweise. Ach, die Sonne. Ich habe gesehen. Du hast ihn auch geholt. Fenster. Fenster. Äh. Dieses hier. Da muss der Okkupus sich durchgekämpft haben. Überhaupt nicht. Also du meinst auch dieses Fenster hier, oder? Dann. Das ist das ein Schraub.